Fantastische Aktion, was für ein Tor! Und damit haben wir den ersten Treffer. Unterdruck geht der Ball ins eigene Tor. Jetzt müssen sie schnell spielen. Gefährlich! Hier spielt hier ein eigen Tor! Yes! ... passiert so ein eigen Tor. Ja, aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Klasse, wie er dahin geht! Huh? Der Abschlag ist ihm! Der Abschlag ist ihm! Tor durch Sané! Sehr gut gemacht! Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. ... ... ... Was für ein Papier! Höh? Bitte, bitte, bitte ein Eigentor! Der Pass jetzt! Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufrichten! Au Au! Da kommt der Pass! Jetzt könnte was entstehen! Da ist das Tor! Seht ihr noch? Könnte gefährlich werden! Unfassbar! Der Pass! Ein überragendes Tor! Schwerer Fehler und sowas wird natürlich bestraft! Klar, das darf nicht passieren!